Kapo, riechen, such! Wann noch schnell? Schauen wir mal, dass das hier in der Nähe geht. Wann noch nicht? 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 Zurück kommt mehr? Genau. Räusche rein vom Schaden. geht nicht weiter schau ich was schau ich was schau ich was selber treten gehen wir mal ein bisschen knifchen das ist schon Schau, ich habe schon ein Schaum, der wollte mich schon nicht sehen, ich komme da oben. Schau, super, schön. Mit mir, ja, ich habe ein bisschen zögerlich. Schau, das ist am anderen Weg und dann lassen wir ihn noch weiter. Oben ist Aschengolz, ja? Kleine Micken. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja. Oh, mal. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist falsch, aber er geht auch vor den Stürmen. Genau, viel Leine über der Leine sehen. Es liegt nämlich da ein Ringjummer rum. Das ist das Gemengel. Und weiter Kato, du kannst Hühn öffnen. Ja, ich bin gut da einschauen. Nein, weiter. 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 Das ist witzig. Da wo er mit der Karte tut. Schau. Das ist geil. Der zeigt da jetzt an. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wo die VB da rein ist. Das ist klar. Aber jetzt hat er es. Yes. Kannst du ihn öffnen? Achso, nein. Super. 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 Danke dir. Schau. 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 Da geht es runter. Ja. Da geht es runter. Ja. Da geht es runter. Ja. Das hat er zuerst nicht überrissen. Super. 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 Ganz stark. Man muss ihn mit dem Schuh versteckt. Das ist ein Blick.